Hallo zusammen, ich habe hier ein ganz einfaches Rezept für Aussteckplätzchen. Die Kinder haben da sehr großen Spaß bei gehabt und der Teig ist schnell gemacht. Was wir dafür brauchen sind 500 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker, 250 Gramm Margarine, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz, ein Ei, etwas Zitronenaroma, Mehl zum Ausrollen, Puderzucker und Deko und natürlich unsere Plätzchen-Ausstecher. Ich gebe einfach alle Zutaten in eine Schüssel, am besten erstmal die trockenen Zutaten zusammen mischen und dann die flüssigen Zutaten und dann rühre ich den Teig mit einem Mixer. Am besten die Teigstäbe nehmen und sobald der Teig krümelig ist, einfach zusammenkneten, auf eine Arbeitsfläche geben, nochmal durchkneten, ausrollen und dann ausstechen und ab in den Backbuffen damit, dann wird es verzehrt und fertig sind die Plätzchen. Dann